Kommen wir zu den Nebenpflichten. Die Nebenpflicht des Arbeitgebers ist die Fürsorgepflicht. Die Fürsorgepflicht. Der Arbeitgeber hat neben der Pflicht, dass er das vereinbarte Arbeitslandgeld zahlen muss, eine sogenannte Fürsorgepflicht, die sich im Einzelnen äußern kann, zum Beispiel darin, dass er Schutzkleidung zur Verfügung stellen muss oder vielleicht eine Schutzbrille bei Schweißarbeiten und, und, und. Solche Dinge. Das ist Fürsorgepflicht. Unter anderem. Fürsorgepflicht hat viele Facetten, aber das könnten Beispiele sein. Und der Arbeitnehmer hat als Nebenpflicht die Treuepflicht. Schreiben Sie es oben hin, weil die Treuepflicht wird jetzt noch ein bisschen spezifiziert. Wir brauchen also ein bisschen mehr Platz. Die Treuepflicht. Fürsorgepflicht auf der einen Seite und Treuepflicht auf der anderen Seite, wenn wir diese Polarisierung für den Moment mal übernehmen. Treuepflicht des Arbeitnehmers. Und was ist die Treuepflicht? Was jetzt kommt, sind also nur Präzisierungen des Begriffes Treuepflicht. Treuepflicht meint Verschwiegenheit. Verschwiegenheit. Das heißt, der Arbeitnehmer darf nicht betriebsinterne Dinge am Kneipentisch einfach ausplaudern zum Beispiel. Das ist Verschwiegenheit. Das ist Verschwiegenheit.